Sie waren richtige Jungen. Sie träumten wie die anderen davon, zu den Sternen zu fliegen. Aber im Gegensatz zu den anderen... Was passiert hier? ...fanden sie einen Weg. Du hast es geträumt. Ich hab's entworfen. Das ist unser Geheimnis. Sie ist wirklich niedlich, hm? Wow. Sie versuchten das Unmögliche. Ich taufe dich, Thunder Rose. Und es klappte. Seht mal, wie schnell wir fliegen. Ich wette, wir können überall hinfliegen. Verstehst du, was das bedeutet? Sie kamen ihrem Ziel immer näher. Seien wir ehrlich. Das ruft uns jemand. Los geht's! Hast du gesehen, was ich gesehen hab? Wir sind da. Sie fanden das Abenteuer. Wir kommen in Frieden. Explorers. Ein fantastisches Abenteuer. Armeetuer. Das ist doch immer für mich. deskaces. Wir kommen. Wir kommen.